die akm liegt hier doch immer noch ja lass lukas da erstmal hierher kommen also ich wollte doch jetzt grad scouten ja dann komme ich zuerst ja komm erst mal her und hol deine waffe wir sind beresino lauf ich von ganz oben runter es hörte sich übrigens an wie schneiderei schneidereise piano haus an der schneider da finden das erste hier hinter mir da müsste es gewesen sein ich denke dass hier das zeug hin und hier ihr seid im ersten hier oder was das was offen ist martin macht weiter die handbewegung wie viel platz hast du und du brauchst acht slots für mehr nicht viel wo ist die akke im liegt hier oben alles andere was hier liegt dass man für ihn ist ruinde die magazine aber nicht ganz meine weste noch haben vielen dank den magazin ist ruinde habe ich gesehen also das würde ich erstmal reinladen und leerschießen beide ruinde der reis ist auch so let's go wo wollen wir hin Richtung schule na klar wir laufen ja vor der kanüle Richtung schule gehen in das hohendorfgelände den bock heute übelst lange auf irgendwas zu warten naja ich will aktionen oh standbild müssen wir ja meistens nicht so lange drauf warten wie kriege ich die rune magazine da rein geladen einfach r da passiert nix geht nicht dann lädt es nix alte folie raus und schieb es rein habe ich auch probiert geht nicht dann nimmt das nur in die hand kann das sein dass es auch nicht mehr geht das alte folie raus machen ja seriously wirklich leg das pristine kurz auf den boden und dann drück r das geht ja das andere geht nämlich nicht ja nilg wo bist du jetzt zwischen den holzstämmen hier wir müssen jetzt hier genau an der ecke bianohaus der erste hier sind alle türen offen das bianohaus ist zu hier mal reingucken da hockt einer ecke aus ecke aus ecke aus an der kante ecke aus an der kante da hat einer auf mich gerade gezielt ja ja genau das hier in der straße aber da hat jemand kurz mit der waffe auf mich angehalten ist dann aber wieder zurückgegangen in den hinterhof vom ecke aus der ist wieder vor dem ecke aus im eingang eingang vom ecke aus ne doch nicht es ist das haus davor vor dem ecke aus das bianohaus rein ne er kommt nicht rein ich bin unten drin ja ich lauf ich lauf grad weg ich lauf grad weg auch noch mal er ist hier du bist du bist das oder alter warum schieße dich an ja das bin ich ja hinter uns hinter uns hinter uns wer ist hier wer alter was krieg ich bin tot ich bin tot da ist einer noch mit motorradhelm der ist der müh ich hab zwei tot geschossen oder ein wo ist denn der ja am rückhaus an der rückseite wenn du von der seite gekommen bist wie du ja dann ich hab hendrik einen schuss hab ich dir in den arm ausversehen sorry da waren zwei leute hinter dir auf einmal sorry hendrik das war scheiße gezielt die hinter dir waren zwei leute mann und ich hab ausversehen drei die waren noch ein dritter oder drei ja ich erst mal waren nur zwei hinter hendrik und dann hab ich einen ausversehen voll in hendrik gesessen ja 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 du weißt ja wie wir aussehen jetzt denk ich oder nicht sehen hendrik und ich liegen auch eher wenn du auf den eingang guckst auf der linken seite die seien alle tot alter hendrik steht da vor mir auf einmal tauchen zwei leute hinter ihm auf du musst jetzt nochmal aufpassen näher hier ist eine ganz pristine mp5 wir sind aber gerade aus einem typen drei geworden er hat mit der mp5 geschossen übrigens ne der eigene typ kein wunder ich hab noch zwei leute umbringen können oh leuchtturm was ist das ich leg mich mal weiter hinten in den busch dass ich das beobachten kann ne nimm dir eine zweite waffe wenn du nicht schon hast ja keine zeit zu wechseln jetzt oh mann ey sorry hendrik nochmal grad für das da glaube ich jaa passiert hast du eigentlich noch was binnen bekommen dann ne 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 ich wurde wohl angeschossen hast du geschrien hinter mir hinter mir und dann haben die mir glaube ich schon meinen rücken geschossen auch so liegt nur jetzt viel looter oder sie in long range und so ich hab keine ahnung wo ich ges- ich war leuchtturm und bin jetzt instant tot der server ist gut ich bin an dem schloss im schloss? ja hinter mir ist im wald ein schloss ja keine ahnung den spawn hatte ich nur nie geh zum schloss nein danke werde könig wohl ich könnte zum schloss rennen und mich da runter stützen ja mach hin ja das wird ein bisschen dauern bei mir weil ich schon mitten in der pump wackel mann ey wenns noch ein sweater jetzt hier wär gut ja wo ist nachs eigentlich ich lauf im erfelkopf dabei ganz oben hey so schnell geht das nicht hä was ist denn jetzt passieren hm nochmal ach 3 you are dead nachm leuchtturmspringen 30 sekunden spawning es läuft ab 3 2 1 you are dead naja den bug hab ich auch schon vorlauf da muss ich wieder neu starten hatte ich grad eben auch ja und wieder 18 70 im gleichen liegen hier ne mhm hat jeder ihn weggeschossen ja ich hab diese ich hab zwei stück die kamen hinter hendrik erst schieß ich hendrik einmal in den arm wie so ein vollidiot und dann hab ich die anderen beiden umgeschossen noch aber gleichzeitig anscheinend eh also wir gegen die haben wir uns gegenseitig gekillt der eine ingo und ich alter und den spawn hatte ich auch noch nie doch den hatte ich schon mal warte mal was ist denn das das verform ist diese farm da hab ich mich schon öfter umgebracht glaub ich bin am airfield berg naja das heißt da ist das airfield hinter dem nebel äh jup dann muss ich da noch oh ich hab keine ahnung wo ich bin ficken na bebe ah ich bin walter es geht ich bring mich in der farm da um ah das lauf mal da ok die running simulator alle fantasy fünf spielern hattest du den dritten musst du ja umgebracht haben grad martin oder hab ich ja ja ich kann sagen jetzt noch einer naja hab ich ein ganzes magazin reingefossen in die wix wie wo aber aber nur das oberteil getroffen alles andere schön vor dem morphine hab ich mir noch abgestaubt ne weste die war natürlich wutend aber die zwei leute ich weiß nicht wie ich die getroffen habe das war glaub ich nicht so gut das war meh ehrlich dass ich sehe war das war ein mega leck aber das liegt immer die liegt alle so als wär der durch durchgerannt weißt da ineinander na der eine der erste den ich getötet hab der dürfte eigentlich so liegen der stand relativ und der zweite der ist auf mich zu gerannt und ich bin halbwegs auf ihn zu gerannt und wir haben geschossen und ja oh svetlo ok na gut da lauf ich hendrik du hm ja ich lauf dem airfeed bergert runter also so gesehen bin ich da zwischen svetlo und bering also ich sitze hier in dem bush kann das relativ gut einsehen natürlich hab ich nen zappen wenn hinter mir einer kommt aber ich glaube ich sitze wirklich gut halbe stunde ungefähr bis salari starten ist es dann um neun oder was ja dann ist neun hm na halt 40 minuten 30 minuten ja sollte ja für jeden machbar sein jetzt hier ja 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 ich find das nicht warte äh ja 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 jetzt und ich kann mich hier bei besten wissen es ist einfach nichts mit den link ziehen muss und dann liegt es da ich musst du dich immer in dein ganzes komplettes gear tauschen und das geht mir ganz schön auf die Nüsse ne ja sonst hätt ich das alles daneben gelegt weisst du und dann hätten wir ja schon machen können was ich sollte aber versteht das eh nicht das war nicht nach dem patch ne das war einfach so auf einmal oder nee das war nach dem patch Da läuft der Bambi hin, da läuft der Bambi hin, die schießen gleich weg, oder? Die haben wieder spawnen, wer nicht? Hast du spawnen? Ich höre es nur im Hintergrund die ganze Zeit So, wo bist du noch, Martin? Na, der Sch... Na, genau Dann brauch ich noch ein Building, aber Ich brauch nur 1-2 Minuten Oh, haben die Doppelspawn Wo ist der? Wo ist der Bambi hin? Steht gleich mit AK hinter dir Geil ist, der Zombie läuft genau da hin, ey Ich bin gleich da, 30 Sekunden Ja, pass auf, hier ist irgendwo noch ein Bambi mit schwarzem T-Shirt Sagt unbedingt mir, wie er aussieht Ähm, ja, ich hab gar kein T-Shirt an, bin eine Frau Mit blau und pink Wie live? Warte, ich zieh meine Hose jetzt nicht aus Ich sag's dir, wenn ich kurz davor bin Oder soll ich's jetzt schon sagen? Weil, Achtung, ich sehe genau aus wie Hendrik Ich bin eine Frau, blau pink Das Ende Leiche liegt in so halbem Hauswand drin Ich hoffe nicht, dass er die von innen looten kann Oh, sieht gut aus bis jetzt Oh, sieht gut aus bis jetzt Wo ist ihn schießt? Ja, ich nicht Ich hör's ja, links unten Aber nicht auf mich, das ist weit weg, oder? In grüner Stadt, keine Ahnung So Ja, komm da Bambi, Achtung, komm da Ja, ich hab ihn an der, an der, an der Betonwand Ja, ja An der Betonwand ist er, der kommt auch mit schwarzem T-Shirt Der steht da, ich weiß nicht, siehst du mich gerade laufen? Ja, ja Auf der Straße an dem Stoppschild Ja, sehr ober Ist direkt umgefangen Nimm dir Gier, nimm dir Gier, nimm dir Gier Mach schnell, ich weiß nicht, woher die Mosin kommt Nimm zwei Waffen, Henrik Sieht man mich hier extrem akut in dem Bus eigentlich, oder? Geht's Uh, uh, der eine war ja voll der Loot-Koblen, ey Ja, ja, nimm mit, nimm mit, nimm mit Ich habe, ich habe nicht reingeklotzt Ich habe nur geguckt, ob die gehalten waren Ich hab mir nur für den E-M-De-Westel genommen und ein bisschen Morphin Wir müssen dann ja, können ja dann ein bisschen AKM-Zoll noch geben oder so Aber da, eigentlich hab ich da genug auch gefunden Hm Pass auf hier, ich weiß nicht, wo die hier Wo diese komische schwule Shotgun her schießt Schießt du auch noch eine Shotgun? Ja, ja, ja In eurer Nähe oder einfach nur Bäre? Ja, Richtung jetzt, in Bäre so Also schon, ich weiß nicht ob in der Nähe, aber so weit hörst du die ja auch nicht Oh Gott, man, ich muss einmal komplett durch, Bäre durch Hallo, am besten Hafen oder andere Seite? Ja, hallo, hafen rein, glaub ich Ja, da auf dem einen Penner liegt ein Fireplace-Kit Kann ich hier nicht aufheben Ja Der Typ ist das mit der MP, die will ich haben Mach und dann such dir eine schöne Deckung, wo du am besten auch mich ein bisschen beobachten kannst Ja Lukas, wo bist denn du jetzt? Äh Zwischen Bäre, äh, zwischen Schelf und Bäre Da, dieser Hafen, äh Der Wald, das Waldstück da Ja Na, ich verpässt mich jetzt, wo bist denn du? Nur in welchem Busch, hier, keine Ahnung Hier, genau, guck mal hier In der Straße Da, okay, ich hab's gesehen Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Und geht, oder? Ja, da muss man schon voll drauf achten Ich guck mich auch nur mit Alt um, also Das ist dann möglich Achtung, da ist sowas auf Welt Das bin ich, das bin ich, ich hab mir geschaut Wer hätte entfernt, Alter Aber ich hätte dich voll abratzeln können Aber das ist der markante Helm, den wir mal nicht so drauf schießen Grüner Helm, hallo Ja, du hörst immer auf, Alter, immer Nee, den hab ich mir grad jetzt frisch gelootet bei dir Nee, das ist trotzdem immer ein Helm Ja Aber wo sind die, die? Du hast wohl Gear, oder was? Was, ich hab Gear? Ja, hier, da vor dem Pianohaus liegen noch drei Leichen Ja, Lukas, da hast du jetzt freie Gear-Wahl quasi Was kann ich mit dem Rucksack schnappen, Grüne? Naja Wo ist denn sie denn mal? Direkt vor dem Pianohaus Geh, geh geradeaus, geh geradeaus Jetzt, geh einfach weiter geradeaus Hinter dem Rohr Siehst du dann schon Boah, was denn das? Ja, hinter dem Rohr hast du gesagt Ja, ja, weiter, 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 weiter An der Straße am Piano 50 Meter noch, und dann siehst du's schon Zur Straße hin, zur Straße hin Du kennst doch das Pianohaus, oder nicht? Andere Richtung, andere Richtung Ja, und jetzt lauf einfach so weiter Ja, das hört sich an, als ob Nox eine Frau beim Einparken wäre Jetzt guckst du rechts hin, da links Nee, oh mein Gott, pass schon Da sind's nicht, da vorne sind's, ja, 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 ja Wie ne Frau beim Einparken Links, weiter links, mehr einlenken, mehr einlenken Zurück, zurück, da sind andere links Der hat nehmt Felf und so Das nimmt mir den Griff von euch, oder nicht? Nee, Lukas, ich bin voll Ich nehm gleich alles Und wo? Nein, 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 nein Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ja Ist ins Haus rein, ist ins Haus rein, Achtung Ja, ist direkt ins Pianohaus, was? Bleibt da, bleibt da, Nox, bleibt da, Nox, bleibt da Ja, der ist Bambi Ich hol mir den jetzt Nein, 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 bleibt in eurem Was ist, wenn der da irgendwo was looten kann, durchs Haus raum Ja, durchs Haus looten kann, das wär dumm Er hat doch ne Mosin, weil der Der, der da drin liegt, ist ein Mosin-Typ Ultion, ich teile links an, wo der Nox ist in die Richtung Ich guck da, wo er reingegangen ist Achtung, der ist raus, bei Nox Ich hab ihn angegriffen Ich hab ihn angegriffen Und hinten kommt noch ein Bambi Übers Feld Bin nicht ich, bin nicht ich Mensch, der schießt nur Mensch, du bist wie du willst vornehmen mit der Scheiße, ähm Etze, alter, man Wo ist der Bambi? Weiß ich nicht, irgendwo hier hinten bei mir war gerade einer Ops Ne, es war nur ein Zombie, der auf mich drauf getrault ist Ich bin in circa einer halben Minute da Alter, der lebt noch nie mehr, oder was? Was soll der Zombie? Wir müssen dann auch langsam weg hier, weil wir schießen hier Und das Loot ist ja immer noch da Naja, deswegen kommen die auch glaube ich alle hier an Der Loot ist ja gerade weg, da sind keine Leiche mehr Was? Nein, bei mir sind keine Leiche mehr Ja, bei mir auch nicht Warum nicht? Ja, weil die weggepackt sind Das sind keine Leiche mehr Der einzige der was der Bambi war, die wir gerade erschossen haben Das war ich, das war ich Da hat doch keiner Sachen geheidet gerade, oder? Nein, das ist aber nach einer Zeit geht das halt weg Ja, aber das dauert länger Ich will jetzt im Haus zu... Wir haben nichts geheidet, Nox war gerade noch dran Ja, ich war gerade dran, ich hab gerade irgendwas rausgenommen Und nicht alle, sicher nicht alle geheidet Niemals Nox hat wieder geheidet Nox, warum haltest du alle? Du Ego-Looter Wollte auch noch Bier haben Ja, dann müssen wir denen halt einen MP5 erstmal geben, oder so Wird's nix Ich komm jetzt gleich an, ich bin bei den Holzpaletten Factory Kram hier gerade Wollen wir erstmal Richtung Bau-Dings bei uns laufen Ja, ja Warte mal, ich will das mir einmal selber auch nochmal angucken Guck Ich muss das sehen Ich komm jetzt an Bambi hatte hier noch eine Axt, glaube ich Hier, guck mal, der hat hier schon Hatte der denn eine Sport-Zock Wer schießt denn hier? Das war ich Lass meine Weste fallen, die schreibt er dir Liegt jetzt hier irgendwo im Feld Wo bist du, ey? Wo bist du da vorne, Hörg? Lauf einfach genau in meine Richtung, da liegt die dann irgendwann Der schwebt mir erstmal an Ah, das gibt's doch nicht, warum lo- hä? So lang war das wirklich nicht Ja, ich kann's aber nicht ändern Ja, ich mecker ja nicht über euch Wir laufen jetzt weiter Richtung Gangenhausen, oder wohin geht's? Warte, ich bin direkt zur Baustelle, aber wir können auch hier hoch Ah ja Wo ist denn jetzt hier deine Weste, Alter? Exudio Street da irgendwo Exudio Street da irgendwo Soll ich zurück loben, oder was? Ja, Alter, du wirfst dich hier irgendwo einfach ab Ja, weil ich dachte, wenn es ausging, dass du mir jetzt hinterher rennst Und ich rumklotzt, wo du selber siehst Du siehst, dass wir zu dritt schon sachen, da liegen keine Leichen mehr Hab sie Ist da was drinnen gewesen in der Weste? Nein, die hab ich dir leer gemacht Weil du Platz für viel unnötigen Loot hast Hooray Hooray, unnötiger Loot Apropos unnötiger Loot Die Sportart, die schon mal sie wieder weggehen Was will ich denn Toll, was hab ich hier Jetzt hab ich so ein Sailing-Kit und eine Bloodbag-Kit, die gefüllt ist Und was hab ich Nicht mal was zu essen, ey Nicht mal was zu essen Ihr seid das da vorne jetzt an dem Holzhoster, ne? Ja Viel schlimmer finde ich die Anzeigen, die voll bugged sind Die sagen, die ist pristine, ist pristine, ist pristine Aber dann... Ja, bis zum nächsten Einloggen ist es ein Runen Ja, genau Wo bist du jetzt, Hendrik? Im Bauerngebiet über, an der Baustelle Und ich brauch dringend was zu essen Ja, hab ich leider nicht gelootet Dann lauf ich jetzt hier hoch Ich hab nur was zu essen Ich hab Cornflakes, ne Fisch und ne Orange Fisch Cornflakes Fisch Cornflakes Mit Orange Oh Oh Ah Mensch, Knurks, Alter Warum machst denn du das? Alter, es geht mir richtig auf die Nüsse Warum schießt denn du jetzt so sinnlos rum, Alter? Er hat sich getriggert, dass nix ihn mir hier angeschaut hat Mann, 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 Mann Wir müssen Bumpy, darf ich ihn abschießen? Ich weiß, wie er jetzt ne Box in den Kopf kriegt Ich weiß, was wir jetzt Alter, nur vergammelte Shitsohn Ich will deinen Rucksack Ich will deinen Rucksack Wo sind die denn jetzt hin? Wo sind die denn jetzt hin? Die müssten hier sein Wer ist denn der da? Weiß ich nicht, das ist keiner von uns Das ist keiner von uns Was denn, wo denn? Orangische Jagdgetyp, irgendwie hier auf einmal Ich will seine Sachen, bitte Warte, schießen in den Kopf Ja, Nox macht doch schon Ey, der will boxen auch noch Nox trifft doch nicht Nox hat getroffen, doch doch Er lebt noch, ne, nur so Du musst hier nochmal einmal Ja, nimm dir den Rucksack schön Warte, ich loot mir Odessic Nein, ihr lasst ihn nicht Ach In your face Der arme Kerl steht da Ich denk mir so Was ist denn das, Henrik? Du übelst in der Verfolgungsjagd mit Nox Sei hier noch an ihm Im Bauerngebiet drinnen In der Scheune Ich hab jetzt ne orangene Warnirke Das ist voll scheiße Oh Mann Da ist ein Helm, schau, ein Cowellhut Achso, du hast da nen Hut, gell? Äh Ich weiß nicht, der Cowellhut Du hast die AKM Hendrik, oder? Hm, von einem anderen Typen genommen Da ist ne Hose da drüben Äh Sonst wirst du den Dippen schlägen, Alter Hahahaha Wir sind quit, wir sind quit Du hast mir grad gegengeschafft Geh mal rein Schaut nicht so aus Hahahaha Ähm, braucht's hier Essen, kommst her Ich hab ja noch Böbel was Na, ich geh jetzt hier nochmal ins Haus Haben wir einen Dosenöffner dann? Hm, ja, den hab ich Aber ich auch Ne, aber ne Hier is'n kleiner Rucksack, Lukas Ich hab nen kleinen Grünen Ja Der stand da grad in der Scheune Ich versteh da schon Und der Kerl sagt nur so Wow, wow, wown Auf einmal holt Nox die Moose nach Wow Oh, AKM, war das einer von euch? Ja Wieso machst du'n du so was? Mhh Alter, diese eine Fickfliege hier bei mir Wo seid ihr denn jetzt beide? Hier, Nox und hoch gerannt jetzt. Wo hoch? Äh, Eckhaus oben beim Panzer. Da ist schon wieder ein grüner! Ach, was bist du? Was, Alter? Da ist schon wieder ein grüner. Das ist doch unglaublich. Ich geh mal was trinken, Alter.